Hey! Hallo! Am... Election Day von USA, Präsident, äh... Barack Obama, äh, Trump meine ich natürlich. Ähm, Orange is the New Black, das Bild passt heute immer noch. Ja, würde ich auch drin lassen. Ja. Ähm... Ob das jetzt so sch... stark ist, weiß ich nicht, weil... Alles, alles hat gehypt, äh, von wegen... Ja, ich bin drin. Ich bin drin. Ich bin drin. Alles hat gehypt, von wegen, äh, dass die Miss Hillary Clinton... Miss Hillary Clinton das Rennen macht, und, ähm... Na, Porn, ne? Und schlussendlich gar nicht mehr so knapp. War, genau, war gar nicht so knapp. Heute Morgen um 6 Uhr war ich 244 zu 255 bin. Wovon 271 gebraucht werden, um Präsident zu werden, der Vereinigten Staaten. Ja, Trump hat das hängen gemacht, und, äh, alles... Die Seite, irgendwie, die kanalische Seite für... Mh, Einwanderung. Einwanderung ist... Down. Down gewesen. Das war kein D-DOS, das war einfach nur... Viele, viele, viele... Also, es war... Prinzipiell war es ein D-DOS. Viele, viele, viele Leute haben noch zugegriffen, und die ganze Seite damit lahmgelegt. Geil. Nein, es war nur ein DOS. Ja. Nein, es war nicht mal das. Es war ja keine Attacke. Ja, es war aber nicht geplant. Richtig. Deswegen ist es kein D-DOS, sondern nur ein DOS. Nein. Der DOS ist das nur... DOS heißt... DOS heißt... Denial of Service. Ja. D-DOS heißt, äh... Wofür steht das D? Ich hab's vergessen. Für... weit verbreitet. Für große... große Reichweite an... Gütern, die gleichzeitig versuchen, da aufzuzugreifen. Da hin. Lärm. Da ist es an. Sound wird übertragen. Ich geh mal davon aus, dass die Musik hier bei... 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 ...Dos nicht geblockt ist. Ja, sonst werden was sehen. Wir werden in dem E-A-L. Genau. So, weil wir haben nämlich von dem YouTube-Video, von dem vorletzten Stream, vom Montag, haben wir ja eine E-Mail gekriegt. Ja, euer Content wurde gesperrt. Also, wurde, ihr dürft ihn nicht... Entmonetarisiert. Ja, ihr dürft ihn monetarisieren. Ja, dann habe ich daraufhin den... Er ist noch monetarisiert, aber wir kriegen kein Geld. Ja, nee, ich habe das entfernt und jetzt kriegen wir dafür wieder die 2 Cent, wenn überhaupt. Ja, wir spielen Paladins, äh, der bessere Overwatch-Klon. Nein, so nicht, aber es ist halt genau das gleiche wie Overwatch, nur, äh, Free-to-Play und, äh, gar nicht mal so schlecht und es macht auch Spaß und, ähm, ähm, 20 Euro würde ich wahrscheinlich für Overwatch noch ausgeben, aber keine 40. Ja. Und dadurch, dass das hier ein Klon ist, würde ich hierfür keine 20 Euro ausgeben. Richtig. Oh, man hat hier Pferde. Das ist ein Unterschied. Ja. Man da ja nicht... Ja. 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 Ich war weg Shit Boom Du hast auch noch Victor Ja easy First pick Instant weg Was hab ich eigentlich für Ironsides, movement speed, recoil, ammo count, mach nichts geil Ich hab Flinkheit jetzt mal genommen Nicht reiten, weil ich bin eh Flanke Ich muss eher schnell beim Target und weg sein Ich bin Flinkheit eigentlich ganz geil Ja Es bringt halt viel wenn du halt Master Riding meine ich Ja aber ich bin halt nur ne Ja Von hinten die Supporter Und Damage Dealer und das war's Dafür muss ich einfach nur im Feld schnell sein Und nicht auf dem Feld schnell sein 2 Fällt aber nicht auf dem Feld Ja Weißt was ich meine Ja ja Dreckige Assassinen ey Was Als ob Scheiß Supporterin hat mich getötet Krieg zweimal mal Gift ab aber irgendwie Hast du mit dem großen mit dem Towers Oder eigentlich unendlich Munition oder War man mit meiner Ulti oder was Nein nein der ist ja der große Roboter da Nee Meine Ulti ist äh Explosive Munition Buck Fuck Ehh Time's ticking Als ob. Als ob war's. Ach. Oh gut. Das gibt's doch nicht. Jetzt frisst zwei Magazine von mir. Ich hab zwar nicht jeden Schuss getroffen, aber das heißt ja nicht, dass ich... Mann. Oh gut. Oh gut. Oh gut. auch ganz ruhig für mich ich nehme ich mal als Kompliment an in der letzten Sekunde ich hab die, wie heißt die, Sky aus dem Gegnerteam getötet so witzig hört sich ein bisschen doof an hat Rauchkarnate geworfen und gewartet ich habe jetzt gerade 16 Eliminations, 2 Solo-Kills, 3 mal gestorben die Assassine boah weißt du, dass du wie viele Solo-Kills hab Beste Strähne ist 4 Tode 4, Todesstöße, Eliminierung 11 boah weißt du, wie viele Solo-Kills Credits, dann Eliminations, dann Tode, dann Solo-Kills, dann Best Streak 1, 2, 3, 4, 5 Was steht bei dir da? Todesstöße Solo-Kills sind für mich nicht Solo-Kills, Solo-Kills sind für mich alle Assists Hallo, wo du es jetzt drauf kriegst Der ist verreckt 1mm vor mir aktiviert er seine Ulti bevor er ins Feld reingeht ich dachte jetzt, was ist jetzt los So ein Witz, Alter, so ein Witz, aber wirklich Fuck, ich werde meine Ulti benutzen Was? War kein gutes Spiel von mir Geil Ich hab gesagt, es war kein gutes Spiel von mir Abgefuckt Bötet Äh Ich bin mir dann noch nachgeladen Achso, okay Weiß nicht, warum es nicht angezeigt wurde Witzig 41k Damage Easy ... ... Naja Nicht eine Sekunde Objective Time Wirst ich? Nein Geschlechter als die gegnerische Sky Die hat eine Sekunde Objective Time Oh nein Hahaha Und deshalb, wo er verloren haben Also bitte, tonveröffeln Wuhu, Truhe! Open! Gold, Gold! Aktivieren Giftpots und erhöhen die Nachladegeschwindigkeit 50... Was? Gut, das hab ich jetzt nicht mehr gesehen. Eins ist für... für Bomb King und eins ist für... ... für Tank. Achso, wir haben schon einen, warte mal. Dann nehm ich Support. Nee, kannst du auch weiter, ich will den nehm ich für ein Androxys. Nee, ne, ich nehm Support. Ich will den nehm ich für ein Androxys. Ich wollte ihn noch hochspielen auf 5. Gegen wollte ihn noch hochspielen auf 5. Gegen bräuch ich nur noch einen Level, das mach ich in der nächsten Runde. Eins, zwei, drei, vier, genau. Dann fehlt mir nur noch... ... einer. Einen hab ich jetzt und ich habe viele auf 2. Ja. Drei, acht, eins, acht... Also ich hab Madame auf 2, Cassie auf 5, Fernando auf 2, Knessa auf 2, Sky auf 2, Viktor auf 2 und Ying auf 1. Ich hab Androxys 1, Bomb King 5, Cassie 2, Drogos 2, ähm... Du hast ja fast gar keine Champions auf 5. Bitte? Fast keine Standard-Champions auf 5. Jeder hat. Meist du Rotation-Champion? Ja, ich hab bisher noch keine Rotation-Fash gestellt. Monatliche Rotation oder was ist das? Nee, vielleicht Patch-Rotation oder so. Aaaaaaah. Aber klar, dass... Lüge doch nicht ab von League of Legends, bitte. Ich hab's schon gesehen, dass es besser läuft. Ja. Ist echt geil. Alles nur wegen Chrom. Mein Server war nicht nur nützlich für Team-Speak, sondern auch noch für... Dream. Overwatch. Dream angucken. Äh, wo war ich grad? Genau. Fernando auf 3. Äh... Kinesa auf 3. Makor auf 8. Rokus auf 1. Sky auf 2. Viktor 8. Dann solltest mal Ying gleich spielen. Joa. Äh... Wie viele Champions brauchen wir denn auf? 5. 1... 3... Ja, einer fehlt mir. Ying? Ja, Ying ist gleich. Ying, ja. Geht mir trotzdem noch einer. Achso. Besser hab ich keine... Glaub ich spiel Androx. Die... 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 Und was entert the party into Magic-Cue? Mhm. Achso, du hast abgerockt und neu gesucht. Mhm. Also ich hab hier das Programm, was ich gefunden hab für den Desktop-Alignment ist eigentlich ziemlich cool. Leider kostet das 30 Dollar. Ja. Die schreiben allerdings, wenn man nen Block hat, kann man sich das Ding auch, äh... Fast nur... Beantragen. Sagen hier, ich hab hier was. Mhm. Krieg ich das da und dafür? Dann sagen die eventuell ja oder nein. Und wenn ich sage, ja, ich... Auge zu und hier drücken die Grenze raus. Mal gucken. Wär ja... Wär ja sehr cool. Nach dir. Nach dir. Den Scheiß immer wieder zurecht zu ziehen ist... Ich... Ich kann ja immer Fotos schicken, wie das grad aussieht. ... Ich vermisse nicht zu sterben. Was haben wir an Gegnern? Full Damage, One Attack Damage, One Attack Damage, One Attack Damage, One Attack Damage. Refugium! Ne? Ich kann nicht auf einen Wunsch für die Baten denken. 5, 4, 3, 2, 1... Die Behandlung hat begonnen. Das es Codes gibt ja irgendwie. Ok. Na ja. Ich bin die ganze Zeit auf dem Punkt drauf. Oh fuck. Na, das war doof. Ich hatte 8 AP. Toll. Ach, der fickte AP. Kriegt aber mehr Heilung durch dich. Wenn ich lebe. Wenn ich lebe. Ja. Der ist schön. Ja. 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 Ich fühle mich. Ich habe nochmal F gedrückt. Samte Scheiße. Hm. Hm. Ich bin tot. Ich muss mich gerade um einen Droxus kümmern. Wenn das keiner macht von hinten. Ich bin tot. 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 sehr schön war zwar knapp aber sehr schön ich bin schon voll ausgekippt haha ich hab schon komplett alle vier items gekauft okay es waren nicht alles die teure sniped items aber jaja gekauft aber noch nicht ausgebaut Nö. Also noch nicht full gepfibbt. Full war ich noch nie im Spiel. Ich weiß nicht ob das geht. Punkt. Naja, hau mal drauf hier. Androxus heißt ohne Punichmann. Androxus heißt ohne Punichmann. Ohne Punichmann. Sehr gut. Problem ist, ich stehe da schön drin, block auch viel von denen. Aber in unserem Team kommt kein Damage rein. Oh nice. Muss ich damit bewegen? Ja, der fährt nicht von alleine. Da muss man beibleiben. Nein, das ist schon klar. Ich bin tot. Fuck. Von hinten. Mhm. Von oben. Und hinten. Oh, ich hing an der Kante fest, alter. So ein Scheiß. Ja, schellisch. Und unser Sky steht bei uns in der Base und macht nichts. Finde ich sympathisch. Ja, total. Hau drauf. Hau drauf. Hau alle drauf. Danke. Und schau. Natürlich, weil ich von der Terrasch habe. Okay. Ja, hier. Das ist ja. Das ist ja. 6.000 APL dauern, ein bisschen lange. Ja, ich versuche ja hier einen Teil hinzustellen, aber du bist immer weg. Und keiner ist mehr an dem Wagen, richtig? Ich bin mit dir verreckt. Na gut. Nehmen wir den Spot. Hey. Bin er wieder da. Siehst du noch was? Ah, ich sehe noch was. Ich sehe zwar rot, aber... ...kollt Spaß. Oh wow. Das hat er gut gemacht. Oh wow. Ich war halt um Zingel von drei Leuten. Pretty unlucky. Captain's to the best. Von hinten kommt eine. Oh wow. Kriegen sie sogar den. Stop the payload. Okay. Steht. Steht. Ach ja. Hat er Rüstungsdurchdurchdringung in den Schüsse oder was? Nein, den nicht. Weil er mir immer Schaden gemacht hat, obwohl ich mein Ammo-Awaren hatte vorne. Du machst die Rüstungsdurchdringung? Fuck. Weiß er nicht. Komisch. Die Fuse ist burning! Ich liebe wo es geht. Danke für die Heile. Geros, inkommen! Wir sind stärker zusammen! Bis zum nächsten Mal. 10ens remaining. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 7, 2, 1, 1, 0. Alles drauf auf ihm. Also jetzt bin ich echt so weit, dass ich alles auf 2 habe, schmal. Ich hab nur eins noch nicht auf 2. Ich freu mich über, was die Karten bedeuten. Also welche Farbe, ob das irgendwas besonders bedeutet. Hier Karten. Karten, die du am Anfang aussuchst, welches Kartenpaket du nimmst. Achso, je höher die Farben, desto, also du kannst die ja verbessern, wenn du unten recht auf das Plus drickst bei den Karten. Und je stärker die Karten sind, desto mehr Wirkung haben die Karten. Von hinten. Boah, ich hab nicht... Boah. Ich hoffe, ich hab jetzt schon seine Pfiffig-Dulti abgekriegt habt, ne? Von diesen... Natürlich krieg ich keine Hilfe. Warum auch? Wovon denn? Von unseren Teammates. Ich hab 97 AP. War ein kleiner Bait von mir. Ganz klein. Ich hab jetzt schon so viel Siege. Ah, 20 Matches mit Party. Champion Mastery 4. War jetzt nicht so kurz. Was war jetzt los? Ist aber da im Black Screen. Weiß ich nicht. Hacker. Ganz klar Hacker. Hacker, Rimm. Falsches Spiel. Yay, Zielzeit. Wuhu. 165. Ach, keine Ansatzweise. Ich bin nochmal 66 vor dem nächsten. Ach, das ist... Minderung. 128.000. Schild. Ja, geschildet. Minderung. 128.000. So. Hm. Geil. Geil. Ich hab Cassie weggehielt. Hm, hm. Keine Sache. Warum hast du rechts noch deinen Lautsprecher und alles angezeigt? Äh, weil ich, weil das mein Touchscreen-Monitor ist und ich da ganz gern drauf touchen möchte. Also nicht Lautsprecher etc. Achso, äh, den Sound, weil ich da wechsel. Und wieder. Äh, okay. Danke. Ausfälle, übrigens. Nein! Wohl. Was wolltest du denn haben? Rechts daneben? Cassie? Nein. Nein. Ich weiß nicht, was er ist und was er kann. Ich weiß nur, was er fliegen kann. Damage healer. Er hat ein Jetpack. Out here on Judge, Jury and Executioner. Ausrüsten. Okay. 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 Aggression, Damage. Okay, gucken wir mal an. Schießfächer, Rekritomics. Okay. Rechtsklick. Was ist denn sein? Rechtsklick. Feuersprung. Feuersprung. Spür ein Intervieh Schleimkugel ausgegeben. Nein. Wir werden allein 150 Schleimkugel. Wir werden allein 150 Schleimkugel. Weitere. Ich bin gleich anwesend. Ich bin gleich anwesend. Jetzt. First block. Alter, die Raketen, das hier ein bisschen für Zuge gekommen ist, ist ein bisschen nervig. Nur ein bisschen. Minimal nervig. Was ist denn mein E? Also meine Ulti. Oh nice. Was? Du kannst mit, bei Androxos kannst du mit seiner Schildfähigkeit, kannst du das nach deinen, abkürzen. Oh fuck. Gold 11 drücken nicht ey. Fuck my life. Oh wow. Alter, der kann meine Bubble, der hat meine Bubble geblockt. Weißt du, wie asozial das war? Durch, dass er meine Bubble geblockt hat? Oh, ich kriege Krabbe. Du musst auf die Bubble auch schießen. Der hat meine Bubble aber sofort geblockt. Ja, wenn ihr irgendwo auftrifft, dann ist sie weg. Nein, der hat geblockt. Das ist doch der Scheiß. Dadurch, dass er sie geblockt hat. Hat er bei mir auch 100% mehr Schaden gemacht. Was? Ich dachte ich mach dann einen Schuss von oben. Ich hab nicht durchgelesen, was ich mache. Äh, entfällt sein Sonic-Urtack in einer Schubdüse. Der löst einen Hohesgeschwindigkeitsschub aus der... Also doch, muss ich doch durch die durchfliegen. Du musst auf einen gegenfliegen. Ah, okay. Ja, vergiss es. Was? Wie viel Schaden er mir gemacht hat? You want overtime? Fragezeichen? Nein. Doch. Ich bin scheiß mit dem. Das ist so richtig, ich hab keinen Plan, wie ich den spielen soll. Oh, oh. Oh. Der hat halt die Bubble geblockt und hat mir dadurch 100% mehr Schaden gemacht. Wer? Hä? Wer? Ja, Androxus oder wie der heißt. Der kann ja blocken. Und der hat damit meine Bubble geblockt und hat mir dadurch mehr Schaden gemacht. Nein. Äh. Der saugt allen Damage ein. Wenn du auf ihn drauf schießt. Und gibt 75% des Damages als eine Kugel ab. Das ist so richtig, ich bin. Oh Androx ist oben. Oh 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 Die Spirits werden nicht aufgelöst. Die Spirits werden nicht aufgelöst. ich war weg um die ecke ist klar gut so klar ohne scheiß 99 99 keiner von uns ist drin ok doch jetzt ist einer drin oh god ja nice äh schr äh 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 a tactical garment äh 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 Was? Auf diesem Screen hat sie gar nicht mehr auf mich gezielt, auch geil. Ohohoh! Ey, dieser Androxus ist gut! Achso, der hatte seine Ulti an. Ja. Brotsel ist aber nicht schlecht. Aber wenn ich drauf schieße, kriege ich die weg? Ja, klar! Wir haben mich genommen. Oder was? Ich hab den auch nur einmal gespielt oder so. Nein, ich spiel steim cool. Zusichens schade durch Angriff Bonus. Du kannst auf Vollsprung schießen, um ein großes Grund auszulösen, die 100 Schaden verursacht. Warum sind die dann grad weggeflogen? Ich werde da gleich einfach mal reinfliegen. Mal gucken. Und danach gleich mit F wieder abhauen versuchen. Ne, du musst mit F reinfliegen. Du machst ein Instant Kill mit deiner Ulti. Ja, aber ich kann damit... Ja, mit F wieder raus. Ja, klar. Ja. Oh! Nein! Weißt du, ich bin halt 5mm davor, bin ich halt gestoppt. Also wirklich, ich hab ihn direkt auf die zugeflogen. Genau, direkt vor ihm gestoppt. Das war unglücklich. Das war richtig unglücklich. Boah, schon wieder dieser Scheiß... Nosferatu-Ding. Willst du mich ver- Unser Scheißschutz gibt gar nicht. Das bin ich. Warum hast du alles in dem Gauen? Weil ich erst... Linksflick gehalten habe, ohne zu zielen. Hahahaha. Aber die Kitten brauchen halt 10 Stunden bevor sie kommen. Das fack mich halt ein bisschen ab. Und wenn ich mit Sniper schieße, dann macht das irgendwie 20 Schaden, wenn ich losdrücke. Du musst warten bis das aufgeladen ist, ne? Ja, das ist richtig. Ich dachte, dass ich mit der Standardattacke eventuell doch was ausrichten kann. Aber scheinbar... nicht. Pfff... 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 Haa... Pfff... 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 Pas mal zu laufen! Ach, ich habe meine Ulti wieder. Oh lol. Natürlich wieder so. Vergiss es. Vergiss es. Vergiss es einfach. Vergiss es einfach. Vergiss es einfach. Mit einer Axt? Der wird ihn mit einer Axt getötet. 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 Ja, 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 ja. Mh, hmhm Jaa Der weißt du, der ist gar nicht drauf und trifft alles Gamelock Geht da Nee, vielleicht ein Schaden mit so einer Ulti Ja, danach nie mehr, da bin ich ja jeden Schuss getroffen Obwohl ich noch hinterm Baum war Erst bei ihm auf dem Screen war ich hinterm Baum Oh, nice, der Schaden Ich war auch nicht schlecht mit Schaden, dafür, dass ich den nicht kann Mh, hm, hm Wo durchlässst dich die EP oder berechnen? Was? EP Leistung 55.000 hab ich gekriegt LP Keine Ahnung EP XP Oh, keine Ahnung Kills, Assists, Tode Das Random Factor Mhm Random Factor, das ist gut Gefällt mir Äh, Leute Black Hawk Down Black Hawk Down Black Hawk Down Blue Screen, Blue Screen Mh Stell dir mal vor, das Interieur von so'n, von so'n Assassination Flieger Hätte auf einmal ein Blue Screen mit den ganzen Informationen drauf Apache Apache Mitten im Looping Blue Screen Oh fuck System Neustart, System Neustart Wusstest du, wusstest du, dass es eine Jesus Schraube gibt? Bei Schraube? Ne, bei Flugzeugen gibt's ne Jesus Schraube Dann so, weißt du, oder was? Äh, bei Helicoptern Nee Oder kriegen die dann ein Loch durch die Propeller? Nein, 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 nein Das ist bei Helicoptern gibt's eine Schraube Wenn die nicht mehr da ist Geht der Helicopter Down Ja, lass mal, ist your champion Und wenn die kaputt geht Hilf nur noch, zu Jesus zu beten Hm Awww Tschü tschü Best Game Ever Best Game Ever Ehm Ehm Select your champion Androxes Good Kein Damage Zwei Flanken Ein Tank Zwei Flanken Ein Damage Ein Support Mehr brauchen wir nicht Immer Serpent Beach Okay Androxos Sie haben zwei Tanks Ein Support Ein Damage Healer Awww Muss ich auch Damage drücken Hehehe Müssen Sie Headshots machen Ein Sekunde Ein Sekunde Dring Trrring Ein Sekunde Welcher Typ ist dein Charakter? Genau Damage Dealer Richtig Du hast es gut erfasst Du musst Damage machen Hehehe Wirklich? Ne ich tu nur Du musst die Low hauen So auf 10 HP Und dann kommt Sky oder ich vorbei Und machen dann den Rett Ich frage mich warum man sie nicht Skye genannt hat, sondern Skyee. Das E. Weil Skye bestimmt irgendein Trademark ist, oder? Ja. Was macht deiner eigentlich bei B? Er macht seine Schulter. Ja lass mich doch gucken. Dreh sie immer weg wenn du das machst. Ich wollte es mir auch von vorne angucken und nicht von hinten. Die Krieg hat begonnen. Der erste Flug. Alter die Healerin ist hinter uns und flankiert mich. Voll. Er hat ja auch nur zwei Schüsse gebraucht um mir 500 Leben zu ziehen. Weil sie den Schuss komplett durchziehen konnte. Wieder Healerin hinter uns. Hätten wir gar nicht. Alter diese scheiß Healerin ne. Ich hab mich schon wieder down gemacht. Alter. Was soll denn das? Mir kommt es langsam so vor, als wären einige Hacker würden der Healerin extra spielen, weil ihre Laser die ganze Zeit über Damage machen. Anders kann ich es mir nicht vorstellen. Nein. Scheiß Healerin. Ich bin auf dem Kopf. Wir lassen uns aber auch. Das ist schon mal weg. Das ist schon mal weg. Nein. 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 Ich bin auf dem Kopf. Puh, 9 HP Gibt's nicht, ey Wie damage mir die Headerin, die ganze Zeit drücken, ne? Aber wirklich die ganze Zeit Jetzt habe ich sie Alter Ich werde einfach von allen flankiert Aber wenigstens ist das kein Hacker Der jeden Schuss trifft Hinter dir die Headerin Mann, Mann, Mann Diese Fick-Healerin, Mann Als ob Als ob Ja, die trifft jeden Schuss Jeden Schuss Also wirklich Die trifft nicht nur jeden Schuss, sondern halt dadurch, dass es ein Connector-Schuss ist Unglaublich, ey Oh mein Gott Oh und Unser Tank haut ab Wow Wow, wow, wow Die Sky hat sogar für das Geldspiel schon bezahlt Ja, die Maske Kostet 350 Da hab ich vorhin geguckt Das ist nur die Maske Mehr nicht Da hab ich vorhin im Event, wo hier freie Dings waren 5, 4, 3, 2, 1 Achso Ich komm noch nicht an, okay Alter Unsere Flanken machen gar nichts Oh ne Scheiß Jau, die zielt nach links und trifft mich Die hat ein Aim-Bot drin Meinst du die Headerin? Ja Ja Du wirst mir grad noch mal angucken Der Typ zielt auch links von mir und Der Typ trifft mich Was zur Hölle Danke, kann schon wieder, kommt schon wieder komplett zu mir durch, ey Unser Tank macht gar nichts und geht noch tiefer in die Gegner rein Ja, du sollst tanken, aber das heißt nicht, dass du den ganzen Damage absichtlich fressen musst Ist auch eigentlich schon, aber sinnvoll und nicht Was? Ich krieg noch mehr Du sollst Kampchen Ah, hier drin, wo? Was, wir hatten die Healerin? Nee, Androxus. Er schießt auch irgendwo hin und trifft. Nicht so schlimm wie die Healerin. Doch. Der schießt meilenweit an mir vorbei und trifft. Ach, komm. Die Healerin schon wieder, wuhu. LOL Ich war gerade gar nicht mehr in der Vision. Und plötzlich bin ich wieder in der Vision. Bumm. Hier komplett das Visier einmal rumgezogen. Okay. Ja. 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 Nee, ist klar. Was denn? Das Replay hätte ich gerade sehen müssen. Ich war nicht mal mehr in Sichtweite und sein Aim geht halt mir durch die Wand hinterher. Soeben hat er mich fünfmal hintereinander nicht getroffen. Weil ich weggerannt bin. Also ganz... Also beim Androxus nein. Äh... Die Healerin... Das hättest du über Jay müssen. Witzig. Wenn ich hier vor der Wand stehe, kann ich nicht sprinten drücken. Ja. Witzig. 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 Taussling Ja Ja. Richtig. Ist richtig. oder die Healerin schon wieder von der Seite. Ja! Die darin ist super low. Nein, die ist wieder voll. Jetzt holen wir sie, jetzt holen wir sie, jetzt holen wir sie. Ja, sauber. Der Androxus, der Androxus, der Androxus. Low, 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 low. Hast du ihn gekriegt? Nein. Hat er dich gemacht? Ja. Nein, Victor hat mich gemacht, lol. Oh, lol. Ja, okay, bin gut gelaufen. Ja. 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 Wie viel damage die einfach machen? Wie viel damage die Healerin macht? Wie viel damage die Healerin macht? Wo ist sie? Drüben. Ist der Dings. Ist sie nicht ist sie nicht ist sie nicht. Ja, ich weiß, aber ich hab trotzdem kein Bock, dass ich mir das Ding vorher sehr aktiviert. Wie mein Droxxus? Hilfst du mir auch? Nein. Okay. Doch? Aber super spät, okay. Ich musste auch erstmal Ulti zünden. Was? Ich drücke viel mehr Headshots, als der untertüte mich. Und unser Tank weiß nicht, wie man Tanks spielt, ey. Refugium, keine Ahnung. Ich sage das Licht an... Die Hilderin? Die Hilderin hackt? Wollen wir die irgendwie reporten? Ja, hinterher. Okay. Aber nicht für Hacken, sondern nur für Other. Ich werde aber auch gleich was essen gehen. Nein, ich habe auch mal einen Knopf. Ich glaube da. Der. Ich weiß. Mir auch erst eingefallen, als es danach war. Ja, ist richtig. Der hat mich über Augen gewickelt gesehen und der erste Schuss sitzt. Oh, wer ist das? Das ist das? Ja, ich bin. Die Hilderin. Das ist ja nicht. Das ist ja nicht. Hinter dir, hinter dir Komm mal Ich bin schon runter Ah Dieses verfickten Jumps, ne? Ich hab mich nur mini mal ab Healer von hinten Und ihr Schuss sitzt Was, wo? Nein, äh, Victor, 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 Victor Healer, oh Gott Mein Leben Victor tot Nein, ich leb noch Er war Victor tot Okay Healer war auch gerade in der Nähe Oh Leute, da ist sie schon Rot Sauber Ah Oh 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 Das war's für heute. Dieser Androxos, alter. Oh, Leute. Oh, Leute. Oh, ich hab die gar nicht gesehen, da links. 9, 8, 7, 6, 5, 4. Ach, der Tank war gar nicht da. Er war eben noch neben mir, ich geh nach vorne und pull die Overtime, was macht der Tank? 5, 4, 3, 2, 1 Gealer hinter mir, hinter Gealer hinter mir, oh Gott Androx ist oben Gealer auch Ich bin tot In Cs We are all incoming! Das erwacht ihr alle Können wir es gewinnen? Können wir es tatsächlich gewinnen? We're gonna win Oh mein Gott gegen den Hacker gewinn, Alter Was? Wieso deren? Ich hab grad nen Cordra hingelegt, was soll denn das? Ulti, garantiere ich dir Ne, noch nicht mal Sondern einfach ne Idioten, die dumm reinrennen Uns Okay, ja Ja, ja Kein Skill hinter, sondern einfach nur Idioten, die durchs Schild durchrennen statt Und nicht getarnt sind, zum Beispiel, obwohl sie es nicht tarnen können 187.000 hat er gemacht, Alter 144.000 91.000 Damage auf Der Support So reporten, genau Oh, Hacking gibt's Inboard Bestmark Mark Will kurz eine rauchen, bis gleich Ich bin was essen Achso, okay Dann bis Bis später Gleich später, was auch mal Jo Ja, dann würde ich sagen Geh ich auch mal was essen Ich mach mal was Stickern Und weiter geht's Bis circa 2020 Würde ich sagen Microphone muted Sound muted Ich mach mal was Also Untertitelung des ZDF, 2020 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 Bis zum nächsten Mal. 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 dreimal oder viermal aus, ob ich den vielleicht auch anhebe krieg. Weil ich in diesem Level einfach scheiße bin. Mit Levitation. Fuck. Ich bin doch gerade so scheiße. Damit kann ich leben. Ich brauche einen anderen Hotkey für neuen Abschnitt. Ah, das war zu weit. Viel zu weit, viel zu weit, viel zu weit, viel zu weit. Das war scheiße. Das war scheiße. Das war scheiße. Das war scheiße. Und das Ding hier kann ich überhaupt nicht leiden. Überreagiere ich halt immer. Ja, genau. Wegen sowas. Kann es sein? Oh mein Gott. Oh ja. Oh mein Gott. Nein! Oh, den hab ich doch überhaupt nicht berührt. Ich fahr voll in den Laser rein. Bin ich grad doof, oder so? Der war okay. Scheiße. 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 Chiche. Chiche. Oh mein Gott Oh, schon wieder abgebremst Bei dem Scheiß da Okay, das ist so eine Map, wo ich ganz gerne Teleport dabei hätte Weil man einfach durch die Laser durch Teleportieren kann, was ziemlich sick ist Weil ich sowieso Lekt hatte, ob man eventuell Teleport Auch benutzen könnte Einfach aus dem Grund, man kann es Pro Map mindestens zweimal einsetzen Oder fast bei jeder Map mindestens zweimal Und dadurch kann man sich halt Echt gut nach vorne hin Bewegen, Leute, ich bin nicht in grad gespawnt Ich wollte hinten auf dem Truck landen Das war doof Ich wollte eben hinten auf dem Truck landen Um dann Scheiße Unterm Laser durch Zu sliden Oh mein Gott, bin ich grad doof Was zur Hölle Warum geht der auf einmal so krass nach links Na gut Aber die Map hier wird viel interessanter Vielleicht die überhaupt nicht kann Und Hier so viel Scheiße am passieren ist Wie sowas zum Beispiel Die crashen einfach mal in die Wand rein Oh mein Gott Ich hab's gehört, dass ich den Truck berührt habe What the fuck Ja, nee Yes Oh Gott Das kann die auch überhaupt nicht Ja und ich hab grad schon gefehlt Weil ich mich Gerade aufgeregt habe, dass ich die nicht kann Ich krieg die Circles einfach nicht auf die Reihe Schnell ist was anderes What the fuck Oh, ich seh den Truck unter mir Sehr schön Sind wir schon bei Medieval Und Cypher kann ich noch überhaupt nicht auswendig die Level Da weiß ich echt nicht Wann ich wie lang springen muss Also Welche Abkürzung ich da nehmen kann Welche Route ich nehmen muss Wie auch immer man das nennen möchte Aua Das war kacke I'll take it Das nennen möchte ich nicht Das nennen möchte ich nicht Scheiße Noch souverän gelöst Ich bin jetzt Ich bin ich nicht Fuck Warum Ist das jetzt passiert Oh wow Das war okay Okay Den nehm ich auch hin Ich war auf dem Truck drauf Und ich hab das Landgeräusch gehört Ich geh so kaputt Ich hab die Flamme nicht berührt Das schon Okay. Da bin ich wieder! Willkommen zurück! Und du bist gerade im Cluster Truck! Das ist korrekt! Ah, ich bin gut. Ich hab mir überlegt, was mach ich jetzt? Was spiele ich denn so? Du wolltest weiterzulüsen? Ja Sekunde, ich bin gerade am Speedrun dran. Aber der wird wahrscheinlich sowieso nichts. Ich mag nur ganz gerne Steampunk spielen. Aber ich muss noch durch Sci-Fi und durch ganz ancient durch. Also ja, wir können gleich wieder Rocket League spielen. Just one more game. Erdogan und Chomp, lassen sie sich für Unfälle aussehen 007. Kann ich immer schicken. Junge, hab ich mich gerade verschluckt ey. Okay. Erst bekommen. Jo. Guck ich gleich an. Bei Sci-Fi hör ich dann auf. Martin Block. Fuck. Wollen wir mit dem Holländer spielen? Äh, wieso? Ich hab da nichts gegen. Okay. Ich hab ihm kurz kommt hier erst. Okay, ich bin bei Cypher angelangt. Da hab ich aber grad keinen Bock mehr drauf. Ähm. Aber beenden. Äh, ja immer updaten bitte. Da hab ich auf jeden Fall schon mal bessere Zeiten, die ich dann sagen kann. Schon mal ganz schön. Was? Ja, ich hab mich in teilweise in ein paar, also Segments habe ich mich verbessert in Segmenten. Klar, Mann. Was war ich für ne Scheiße? Dann machen wir wieder Musik an, wenn wir... Rocket League spielen. Dann werde ich auch wieder mal um auf Rocket League. Hier auch. Rocket League. Ich mach mal kurz kurz. Dein, dein... Äh. Holländer, Negaländer, Dänemarker. Was war das? Holland. Holland. Ein Hollander. Der müsste eigentlich in TS kommen. Jetzt hab ich eben gesagt, soll der TS kommen. Jetzt hab ich eben gesagt, soll der TS kommen. Da, 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 da. Oh wow. Was ist denn in Vorlage? Oh wow. Muss noch installieren. Was? TeamSpeak oder Rocket League? Lol. TeamSpeak. Rocket League? Ich hab ihn vorher mit ihm getradet, deswegen hab ich ihn hier überhaupt. Wo ist denn Rocket League unter R? Wo ist denn Rocket League unter R? Ich mag meinen neuen Touchscreen, der ist echt witzig. Oh wow. Pssst, was so wowst du? Hab scheiße gespielt. Das ist doof. Hmhm MhL Und einmal noch ähBo Und einmal noch äh Bis Something nach Darab Nacht Dahin Ähh Die Szene, genau. Einmal dahin Das ist wieder im Vordergrund Und Rocket League Was nicht ein vollfertigtes Spielgeg Helix, dann kommt man hoch. NööööööööOK Doch, ihr seid im Paladines, es gibt Erlebe. Gar nicht. Ach ja, ich mach schon. So, dann sind wir jetzt halt im Rocket League drin, ist mir auch egal. Hörst du mich? Ja, ich hör dich. So, für uns mein Controller. Auf jeden Fall ist nicht das Steam-Overlay an. Das, äh, den ganzen Steam-Overlay. Das Controller-Overlay. So, jetzt hab ich's. Mag ich auch nicht, nutzt es auch nicht. Ich find's eigentlich ganz nett. So, zum Antworten und Schreiben, sonst kommst du auch nicht wieder aus dem Overlay raus. So, zum Beispiel. So, zum Beispiel. So, zum Beispiel. Ich komm auch nicht mal ins Steam-Overlay rein mit dem Steam-Button. Äh, nein. Irgendwann hast du noch nicht draußen. Weißt du mich? Hm, gleich. Alles klar. Mach grad noch das One-on-One hier. Mhm. Ich dachte, du würdest da warten. Einmal tabben. Das wieder in den Vordergrund. Okay. So, jetzt. Hallo. Hallo, Piku. Wollen wir versuchen, einen Server zu finden? Zwei versus zwei? Wieso wollen wir versuchen zu finden? Ja. Zweimal zweier Queue. Genau. Nein. Wir haben gleich einen dritten. Es ist immer noch der Stream an, Piku. Ach so. Ja. Jetzt sind wir aber zu viert. Ja, das ist richtig. Stream geht vor. Noooo. User left your channel. Fuck. Fuck. Hä? Warum musst du jetzt weg? User joined your channel. Wer ist jetzt rein? Okay, ciao. User left your channel. Moin moin. Hallo. 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 So, who are you? I'm fine. Thank you. And you? Good. Who are you? He's my mate. Yeah. Oh, mate? Mate for life. Yeah, we know each other for nearly 16 years now, 14? I don't know. Wow. Long enough. Time. So, you have person 3v3 or? Yeah, sure. Yeah, we would. We are currently on a stream, just so you know. Okay. Uh, stream name is? Whatcroft.lp? Yeah, the same as. Ah, okay. Oh. So, Nils and Nils, 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 Nils. So, your real name is also Nils or? Yeah. Yeah, it is. Okay. Yeah, my real name is not Tonefels, but in the future, maybe. Maybe, yeah. I'm channeled. Comes through? I'll just accept. Okay. Let's go. That's the mate that I gave, uh, the Break of Type S and, uh, green lightning wheels and, uh, the... Yeah, the Hypernova and the Mystery Radical, uh, Slipstream. For fun. That's me. Ah. This whole equipment is by me. Wow. And his crates, but... Is that a Euro Truck Simulator antenna? Yeah, it is. I mean, my profile pic is also a truck. Ah, it is. Ah, fuck. Whatcroft.lp, you said. Or... What? Again. Whatcroft.lp. Yeah. Uh, channel name, or... Yeah, it's... Streamer name. It says it's offline, so I'm not... Offline? On YouTube on... Ah! Oh! I'm, 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 uh... On Twitch, I'm streaming, uh, via El Chavez. Yep. That's my, my, uh, main Twitch account. Oh, okay. Okay. I'm going to stream. Uh, newts, newts. Yeah? Oh. Oh, we're starting? Yeah. Fuck. Oh, you got it. Oh, sorry. Hit it. Oh, dang it. Nice. Oh, no. Not a goal. Almost. Oh! Oh! Got it. Oh, nice. I'm back, I'm back, I'm back! Oh! Dang it. Nice. Oh! What the fuck? Crashed my back and... Pass mit? Oh wow Problem Hmm Hmm Oh nice Thanks Oh dang it Got it Ah Oh Oh Wow Nice Oh wow Nice Oh wow nice shot That was so nice Fuck No touch on the ground Nice Not yet Getting boost Ah fuck it Okay Good Ah fuck it Got it Got it Got it Shot Nice Nice That was a nice shot Nice Oh wow That crash in my ass Hit Whoa Okay Wasn't expecting that What if Nice Nice Now everyone has this goal Now we can finish Now we can finish Oh wow Come on Come on Do it now Come on Oh no Chevis has no support Fuck my life But you have two rescues and two ghosts I have two slaves and two ghosts Take the shot Whoa Oh lol Sorry No problem Didn't mean to Whoa Oh Two guys Same position You're not Uh Sorry You're not filming a movie Oh wow Okay What What Easy Look That was quite funny Fuck That was my shot Yeah And he missed it And He had no boost Oh This was a close one Yeah Oh Sick shot Wait what? It wasn't earlier If that went in If that went in Like Mmm Fuck Shit We have expert commentary right here Fuck Shit FML Hahaha Fuck 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 I got it Fuck I No you don't Not today Nice I'm sorry I'm sorry I'm sorry I'm not They're nether Nether The nether Neither 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 They're neither WOOOOO Nice shot Oh my gosh I was trying to dribble it And then came Niels Das war der Respekt-Goal. Oh, so close! Very close! Mmm, so good! The Breakout-Type-S family. Oh, you're not at rank at the moment? No, this is my first placement match. Oh wow! I've only been playing 1v1 and 2v2. Okay. I'm Rising Star in both. Okay. I'm good with that. Easier opponent. I'm not used to this fast-paced six people in one map. Yeah, it's quite different to 2v2. But I think 2v2 is much harder than 3v3 because here you can do gameplay with two guys. So one passes, one shoots and still when you don't hit the ball, you're not in danger that you get a goal. So, yeah. Much easier. Yeah, you have basically a 2v2 at the frontline and still have one in goal as a backup. Yeah. Oh, close. Will probably most likely be my part. Nein! Not enough boost. Oh! Really nice. Did I really kick this ball? Yeah, yeah, yeah. There. I nearly got it again. Did I really did it there? Yeah. Yeah. Oh, no. I thought that he jumped up and I had to. But, okay. If he had to. Take the shot, Nils. Okay. If he was aiming for the wall, it would be straight in. Yeah. Oh, fuck my life. No, please don't. Okay. Okay. Oh, nice. Cool wall. Just a block. Nice. Nobody to stay. I'm it. Okay. Yeah, pass it, pass it, pass it. There you go. Nice. Nice. You touched me. You just made me hit the ball. I was totally gonna miss that, but then. That was the best. I wouldn't have reached the ball if you didn't hit me in the ass. Hit me in the ass. It was calculated. Oh, calculated. Always. Go for boost. Oh, whoa, 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 whoa. Uh, careful. No danger, no danger, no danger, no danger. Fine. Danger. No danger. Got it. Welcome to the danger zone. Oh, Xander zone I meant. Yeah. My name, uh, yeah. Say my name, Heisenberg. No, my mother came in and I answered it in English. That's what I was supposed to do. Yeah. Hm. Oh, why not? Any mess. Mmm, dose. Oh! I would've blocked it. Yeah, 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 of course. Oh, wow. I would've blocked it. I would've blocked it. Ha, ha. Nice. Nope. 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 Nope train. Nope. Oh, sorry. Oh, no. Nope train. Nope. 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 Welcome to the nope train. We have got a plane. Oh, go, Xander. Got it. Nope. Nope. Oh, sorry. No prob. Ah, no boost. Oh, no. No. Oh, sorry. Yeah. Ah! Ah, close. Ah, close. I don't save. Okay, okay Oh, fuck it Nice NOOO Wow Sind zwei drin Was genau Okay Okay Yeah Yeah Nice try but Ah, okay No success Oh, fuck Oh, okay, okay Okay, they missed it Oh, fuck Oh, fuck Okay Well, they're quite bad Whoa Nice Oh So close Why are my shots so off? Oh Come on Bring some shooting water Oh, aim water Oh, no! Oh, no! Oh, no! Oh, no! Oh, no! It's okay Oh, no! Oh, no! I'm sorry I tried my best to get a ball out of there, but No chance Nils Oh, oh! No, I'm sorry That was my fault Nobody, everybody Normally, everybody knows I'll go for it next time Yeah, normally, everybody knows First, me Second, the third guy And last, Chavez Yeah For the kickoff Kickoff Kickoff, yeah I'm really I'm super bad at kickoff Like Nine out of a hundred balls Touches Goes into our field Sort of Where it should go So it basically doesn't Doesn't Care if I drive or not It's Yep So now you drive No, I drive Yeah Oh Oh, no! Got it Oh, what a save Oh, what a save Well Aha Oh Okay, okay I'll go back to goal Yeah, I was thinking that there is coming one For a shot, but Nope Nils, you alone One for it Wow Okay, teamwork Team of my car Ah, close Woah Nils Nils, come on Okay Nils Okay, nice Nice Nils Nils Clip in Big shot Pfff Really hard to Hold on Okay, nice Nice Es ist schwer zu halten, wenn es so gut ist. Was? Du bist ziemlich... Ich finde die Schöne... ...hard zu machen. 1v1. Ich liebe es, wenn die Leute gegen mich machen. Oh nein. Normalerweise mache ich die Schöne. Shit. Und dann... Und dann... Okay, sorry. You're not the ball, I know. Was me. Um, I'm not the ball, too. Oh, dammit, Nils, come on, please. I'm not the ball, too. Uh... Oh, dammit, Nils, come on, please. Nice, thank you. Ah, close. Oh, shit. Cool. Wow. Nice. Hey, they want my shard. Huh. Nice. I'm mid, I'm mid, I'm mid. Wow. It was too close. No boost. No feel. Oh, nice shot. Oh, oh. Oh my gosh. I thought I was going in. Yeah. Me too. Ah. Oh. Oh. Oh, oh. Oh my gosh. I thought I was going in. My fault. I'm sorry. Wasn't fast enough. I wasn't fast enough. Close. I'm going for it now. Yep. Thanks. Oh. Oh, dang. Miss jump. Need. Okay, no need. It's no panic. No need, no cry. Eight wall jumps. Ah. Can't do that. Mid, 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 mid. Oh. Wow. What a shot. Look at this wall. I can't do it. It worked. It worked. It worked. It worked. It worked. Stayed out. But next time you can make just a straight pass to the other side. Right. Okay. It worked. Oh. You know what I mean? Oh. Oh. Nope, nope, nope. Ah, okay. Oh, nice. Oh, nice one. I think you can see me trying to crash the guy. Got it. Oh. And it's in. Nice. And it's in. Oh, close. I'm just partying a little. Oh. Wow. Yay. My first Z-Track on my... My first Z-Track. Yeah. My first Z-Track. Yeah. My first Z-Track. My first, uh, track. My first, uh, track. My first, uh, track. My first, uh, track. My first MVP. Yeah. On my new car. Heels, how does it feel with my old car? It's very good. It's, it's... Have you had it for a long time? Uh... Like... Two weeks? Eight... No, no, no. Eight, nine days. Oh, okay. Oh, yeah. Right, right, right. Yeah. Two days before, uh, yeah. You drew... My car... ...laced off. Yup. I love it. Really good. I still... I personally like the, the Dominus. The, uh, the OC Dominus. I like, I like Dominus, yeah. But, uh, to be honest... The, the turn radius on the Dominus is... Oh, no, 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 no. Not too high. Oh, high. Too high. It's a slight bit, uh, closer. Okay. That worked. Okay. No! No, it didn't work. What? Still, still hot. Still hot. Still hot. Still hot. Never go away when you... The bottom is not in. What was I about to say? Uh, the turn radius is the Dominus. Oh, no, it's in! It's in! It's in! No, it's not. Oh my god. Wow. Okay, grab it. Oh. What? Oh. That's some big pressure on it. Sorry. Oh no. That's right. Tried to make the perfect pass, but it didn't work. I got it. Nice. Or not. Haha. Good that I'm never trusting anybody. I'm bumping the one guy here. Missed it. Nice. Safe Niels. Oh my god. What the fuck? Got bumped into the ball. Nice. 14 boost. Oh dang it. Nice. 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 That would go in. Oh, so close. It was a nice try. But he's a bit better than Peku. A bit better than Peku. A little bit. He's a little bit better than Peku. Another mate that we play with. Well, I think he's way better than Peku because he and me, we're like a little bit better like 90% of the time on the game position. Always. Oh. Okay. No. Oh. Oh man, he's a... Do you play with the controller or? Yeah, controller. Ah, okay. That's the reason. I didn't... I switched not too long ago. Oh. Oh. Oh wow. Didn't expect that. Yeah, but it's a huge difference when you're able to... Yeah, it's a huge difference. Able to... 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 Steer. Yeah, to gear. Control the car. Yeah. Not too much to the left. Not too much to the right. Not too much... Gas. Well, I'm just hitting the pedal like metal. Yeah. No. No. Not me. Oh. Oh. Oh wow. Oh. Shit. Sorry. I tried to hit it. Shit. That's a good one. No boost. Go. It's... It's your choice. No. My choice? Your chance. It's your chance. Wow. Your chance to shine bright. Shine bright like a diamond. This is like... Shine bright like a diamond. Diamonds... Don't shine. They reflect. Okay. Boost. Nice. I have... Zero. 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 I repeat. Zero boost. Me too. I got it now. Oh. What a save. Got him. That's nice. But he has the same little problem. I'm boom. That he is not jumping as fast as he has to normally. Oh. Oh. Nooo. 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 Oh. Nooo. Sorry. Oh. Oh what? Got it. Blocked it. Boost? Service? Oh fuck it Boost? Desperately need boost Come on, 10 seconds, we can do it I'm sorry Come on, kick it, just front One more No, that was too hard Sorry Ah okay, no problem It's fine This one Yeah We're working our way out We're working our way to team Work, 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 work 4 saves, nice For what? 4 saves Oh yeah Yeah Oh it was a team Oh lord I wasn't bad at this game Ruffy, Ubi, yeah then they were already bad We are bad as well We are bad as well But we are not a team We are a team We are not doing too bad for Random strangers Yeah, fresh team Oh, dang it Didn't thought I would get it Oh what, he missed? Safe Mid 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 Okay It's just people still don't pass Right Oh what a block, sorry Nah Oh, dang it Oh nice 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 Oh Need to get the boost on the other side Need to get the boost on the other side Oh Oh They started all Come on, free goal Okay Goalie missed I'm on the left side Okay Okay Left side Yeah Okay 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 Okay, 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 I got it Nice Eight ball Eight ball Eight ball Eight ball went for me The eight ball went for you I got the eight ball Because I kicked the ball But you made the goal because you had the last touch Nice It was sick It was sick It was sick Ah, free goal Nice And everyone on this high Go low Boom Oh dang it They're playing dirty They're playing Oh nice 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 shot Nice shot nice shot Thank you thank you Nice shot nice shot nice Nice shot nice Okay, I got it I got a band I think it would have been better if you didn't touch it Yeah, sorry I thought I was able to shoot on the left side And he shot it on the right side So he shot it to the middle No, you shot it to the middle He just went left He just missed the ball by Oh fuck it By a truck Straight to our go Straight to our go But it's not even a save bitch Shit Nice save Not even close Boost Somebody's trying to bomb me Nice save Oh, this is safe Boost Nope Let's kick it to the wall Let's kick it to the wall Seriously, that's his third time in this game Wow Yeah, he tried to bomb me like three times while in goal I don't know how I missed it there but Oh, he Ah He drove in me Okay, I was aiming straight for the corner there For the aluminum Aluminum Boston Post 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 On left side Ah, dang it Missed the second jump Up 2 As One One Two Teams What a game? Was game or struggle? Not the best We have to hit it for it one time and then we're in Oh wow Nice, so close Okay Do this though Needle in my back, I'll get you out of my head Needle in the back I'm right side Wow, you crashed in my back I should pass more instead of trying Yep Maybe Oh, I'm sorry Sometimes you just need to hit the wall straight or something Make a good pass Sometimes you just hit the wall Oh Oh, dang it Got it Or not Don't I faked I just didn't want to tell you Oh, okay Oh Oh Ah Alright, front missed What? I have no boost I have no boost Maybe a few times Just too much Too many times Just kick it a little bit off the wall But not Touch it, not boost it Like you wanted to air dribble that ball Yep But I can touch it I can't touch this Touch it like my boobs Touch it like my boobs Wait, what? Not every guy likes man boobs Right side, right side Oh Oh Just one Nope Not for me Oh shit Got it Got it, don't got it Got it, don't got it Got it, don't got it Got it Okay Got it Nice Is he dead? Okay This is Greaseball Here's Greaseball da war ein eigenes Ziel BOOM in der Blue Trail, da war ein eigenes Ziel ja nah, close das war das war NOO AHHHH I'm sorry I thought I could get it in Need it in the back, gotta get you out of my head Need it in the back, gotta tell you how Whoa Locked it Locked it like it's hard, lock it like it's hard Locked it like it's hard, lock it like it's hard Ah, okay 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 We need a goalie We got one here Nice And another We have three goalies If two witches, watch two watches Which witch would watch which watch? Na T- 설che NOOOOOOOO UWow Das übertetet mich, ich предugde potację, Danke 1973 Oh apartment Crap Wow, was happened? Nice, 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 nice! Nice! There is evil in the bushes. EVIL! And he jumped at the right time, it's nice. You just have to guess when the ball is right at the right place. Yeah, but our friend just waits when it's like one meter off the ground. Actually, that was in ballcam. Yeah, I do it also with ballcam, but... I just harder in... I just can't stand not playing with ballcam. Sometimes, yes, but most of the time it's just ballcam. I can only turn it off to like, know for sure I'm going to the boost or something. Yeah. For a split sec. Me too. Just because you can't find it better then. Oh, dang it. I blocked the shots from them. Oh. Got it. Oh. And... Wow. That was one. Three guys. Three people right there. Oh, nah. Oh, crap. It was a little bit faster. Just a little bit. Just a little bit of my love. Just a little bit of my passion. Just a little bit of Kung Fu fighting. Da 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 da. Woo. It's a no goal. Nope. Okay, it's not. That's... Maybe yet. Okay, it's not. What? 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 Just... Just straight up. Did you just take my boost? Right. No. You don't need to shoot it every time, so... No. Oh! Crap. Yeah. I think I... I'll shoot it in the corner. I'll shoot it in the corner. Just hit it with the corner. No jump. No. I didn't touch it. Okay. Yeah. It wasn't... Close enough. I thought I pushed it in. Got it? Nope. Ah, that's not cool. Don't try to kick the ball in the middle. Because middle is dangerous. I just tried... I didn't... I thought I was going for the ball. Oh! My fucking... Fuck! Maybe, 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 maybe. Mid, 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 mid. Okay. He blocked it. And he punched me. Okay, right. Base. Nice. Take it. Nice. Wasn't that a great pass? Really? Okay. Sorry. Just came back. Luckily, no one was there. Oh my god. Oh. Nice. Wow. He kicked me. Nice. I just wanted to say, don't let it be a five minute overtime. Nope. Nice one. That was a great, nice pass. It was calculated. Calculated pass. Everything. Thank you. How many games do you need? What? One battle? 10 in total. Oh wow. Played six now. I have something ranked up. Some certified item. Yeah. Your MVP, I think. No. It can't be. Last two rounds I had it on two. Or something. Ah okay. So. Can be. Middle field passes. Maybe this. Let's see. Um. MVP's I just got four. Um. Where do you see this? Yeah. In the garage. In the garage. Manage inventory or just uh. Yeah. Manage inventory and then. Yeah. Filter for attributes. They know you could. Oh you left in a minute. Yeah. I was like. Can you do that? Without being a man. So my boost trail got 50 midfield passes. My. Uh. Dominos Polo Caliente got 546 saves. And it's a ridiculous goalkeeper. That's some sick tactics mate. I have two lightning wheels. I think I can trade them for good. Nothing else. I can use. On the. Okay. Um. Just half a cigarette. So. Two or three minutes. All right. Have fun. Oh. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Back in action! Welcome back! Can I start? I'll just start. Yeah. Alright. Niels? Yeah? There's a commercial in Germany from, I don't know if you know it, Edeka, with the slogan, we love food. So, then there was one guy in Germany, it's a radio show that is also streamed in TV, and his name is Domian, and there was a guy who buys every month 40 kilogram of raw meat, yeah, and builds a woman out of it, and fucks it every now and time, and fucks it, so, we love food, you know? Well, sounds great. And healthy. Oh! Oh my gosh! Yeah, pure health. Close. Great, like, great, like, make America great again. Oh no, 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 no. Make me great again. Oh, nice, squeeze ball. Nice. Nice one. Nice. I love this car, seriously. Indeed. So good. Yep. Just, just not gonna put a decal on it, because it looks so good. You don't need a decal. But, when you have a heatwave... For a slipstream, I like the slipstream. Nice decal. Oh, what a save! Oh, what a save! Oh, what a save! What a save! Oh, what a save! Sorry. Crap. Yeah. Bit of a boost problem. And get the boost on this side. Yay. Nice. Okay. Up, up, up! Oh, okay. Totally went under the ball. Oh, nice. Nice. Sorry. A boost? Oh, dang it. He touched me. Yill. Yeah. Yeah. Touch me where it's inappropriate. Bitch. Bitch. That's the right sword. Oh, no! Oh, no! Oh, it's flinging in the middle. Off the goal! Get it? Nice. Yeah, got it. Almost close. No boosts left. Sorry? No problem. It was just my shot. Got it. Oh, nice. Oh, nice. Oh, nice. That was a good one. He was standing in the goal and did nothing. My first aerial tracker thing. Look at it. He's just standing there. Yeah, he's just... Just a little bit too far inside. Good. Happens to the best. Wow! Yes. Up. Ah. Okay. Oh, okay. Great. Okay. But it's good. It's good. It's good. It's good. It's good. It's nice. Hi. It's good. It's nice. Good here. Bam. Too close. And on our YouTube channel, he's normally green and I'm blue. So... That's why I got the colored... Yeah, colored with lighting waves from me. Yeah. That's because of it. What's your YouTube? Whoa! Wattcroft.lp. Oh, crap. That's because you kicked me away. Sorry. B? Look at it. Look at it. That was my fault. I'm sorry. I'm so sorry. That was the... Gnadantor. What is Gnadantor? I don't know. What's Gnadantor in German? We just implemented this Gnadantor in every language. Okay. Like Kindergarten. Like Kindergarten. Kindergarten. You have to pronounce it in English. Kindergarten. Mid? Okay, wrong mid. Wrong mid. Wrong mid? Is it wrong? Wrong mid is the other side of the mid. What? Hello to the other side. Why? Must have been a thousand times. Tell you. I'm... I hope that you don't care that I'm singing so much, but... I sing very much. I sing it beautiful. No, that's in. That's in. That's in. That's in. That's in. That's in. Oh, that's not. Oh, fuck. I was... Shit. Oh, fuck it. Fuck it. Fuck it. Fuck it. Fuck it. Oh. Missed by your hair. I missed by your hair. Wow. I missed by your hair. I can't, I can't. I'm just staying here. You're literally just standing there. I was just standing there. Yeah. I told you. Yeah, and I missed it. You could have heard it. Oh, really? Alright, I have to be quiet. Then say, press forward or something. I wasn't watching. I was writing to my girlfriend, good night. I swear. Ah, close. Not enough boost power behind it. Wow. Ah, fuck it. Nils. Maybe. Yeah. Is it in? Is it in? No. Close one. That's what your girlfriend asked you every night. Wow. Close one. No, she doesn't say it. Close one, she says it again. What? Nope. Okay. What? 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 oh come on just not the right angle wall is an area dribble why fucked it up a little bit would he have had it nope i fucked so hard up no mvp for me i think it wouldn't even have it nope not even remotely close two or three more games um offline yeah that sounds like an idea yeah seven out of ten but mercy goal is it by the way no mercy mercy goal the one goal they get when they get crushed no mercy how many games do you need nice block no mercy no mercy wow fuck 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 that was a quite good pass oh nils okay nice pass next time you don't take a side okay well i got stuck on the goal inside disconnect 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 don't 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 tell me the the server is down already yes do you have a connection yes you gotta save fast yes hello okay do you do you can use to play or do you have a disconnect as well the fuck i'm deceased i'm out connection lost yeah i can hear you i mean we mean if you're still in the game we have a disconnection yeah we have a disconnection and i have error they scored one we can't connect anymore okay then that's it for me today sorry nils sorry 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 we don't know we both got deceived you can see it in the stream go on the stream you see it we just had the red triangle on the corner and out and we have no possibilities to go back here reconnect not possible not possible we got an error 67 which means we are unable to reconnect to the existing game because the game doesn't exist anymore yep i'm sorry i'm sorry so okay that's it for me today all right have a good night bye bye yeah 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 hello game player hd no sorry i don't have any keys but don't maybe you have we got a comment on user disconnected from your channel and he's gone and i think it's it's 10 o'clock i think i'm gonna stop the stream right now as well thank you everybody for watching have a nice day bye bye see you tomorrow maybe at the latest it's 7pm german time central european time something like that berlin so good night have a good rest yeah